Aber wir brauchen da lieber mal zwei von. Auf die andere Seite mache ich wahrscheinlich auch noch welche. Oh, wir haben gar nicht mehr genug Werkzeug. Das ist natürlich Premium. Aber okay. Sollte fürs erste Jahr auch lange. Dann kommen wir später auch nochmal wieder, wenn die hier genug Tabak da haben. So, jetzt schnell zum Händler. Was will der haben? Mein Neffe wollte mich besuchen kommen. Doch sein Schiff ist im Sturm gesunken. Sucht bitte nach den Schiffbrüchigen und rettet den Jungen. Dann könnt ihr meiner Dankbarkeit gewiss sein. Kriegen wir auch irgendwo einen Tipp, wo der sein könnte? Doch sein Schiff ist im Sturm gesunken. Ein Musikantenzug erfreut ihre Siedlung. Oh. Oder willst du den Alkohol diesmal nehmen? Anstatt das Werkzeug. Aber ich muss natürlich irgendwie mal einen Tipp kriegen. Ich kann ja nicht den ganzen Dingern jetzt hier durchsuchen. Nach Schiffbrüchigen. Ne, das ist die Pirateninsel. Das ist hier nicht lieber als Schiffe. Hat er was gemacht, der Vulkan? Ne, der ist wahrscheinlich wieder ausgegangen. Der ist wieder ausgegangen. Das ist... Ach guck mal, das sieht man sogar auf der Karte. Das ist ein Handelsschiff, ne? Ist ja interessant. Ich habe so einen weißen Punkt auf der Karte gesehen. Aber wo ist denn... Wo könnten denn die Schiffbrüchigen sein? Hier unten irgendwo? Hm. Wir können doch jetzt nicht die ganze Karte absuchen hier. Schiffe durchschalten. Wir haben nur ein Schiff. Warte mal. Hier. Ach, guck an. Ach, wir müssen das Schiff auswählen. Ja, schnell dahin. Wahrscheinlich schaffen wir es nicht mehr. Oder? Ja, das ist ganz schön weit entfernt. Ist das das Schiff? Ne, ach so, das ist nur ein Punkt eben nicht. So, wo ist denn unser Schiff jetzt? Hm. Na, ich glaube, das wird ein bisschen knapp. Das hätten wir früher machen müssen. Oh. Ach, guck an. Das ist ja interessant. Mhm. Mhm. Was haben wir hier? Hä? Okay. Ach, das ist der Inder bestimmt, ne? Ich begrüße euch im Namen des indischen Volkes. Ja, ich auch. Den haben wir, glaube ich... Haben wir den jetzt drin hier? Ne, Moment. Wo war das? Ach, das sind die Summenstufen. Okay. Ach, guck mal. Das ist eigentlich auch ganz cool, die Karte hier nochmal. Hier sieht man nämlich auch wirklich dann die Schiffe. Das sind Händler, okay. Ach so, okay. Man sieht aber auch nur die Händler und unser Schiff. Das sieht man. Die vom Gegner oder von den... Naja, von den Freunden, die sieht man jetzt nicht. Aber wir sehen hier auch die Häfen, sehen wir auch. Das ist auch wunderbar. Ach, guck mal, die teilen sich ja sogar an der Insel. Fischbach, Geersbach. Aha. Okay. Da müssen die ja befreundet sein. In Radars Namen, Willkommen. Und das sind quasi die Völker, beziehungsweise der freie Händler. Alles klar. Ich hoffe ja, wir schaffen das noch. 20 Sekunden. Oh. Ich hoffe, wir haben 20 Sekunden bis zum Einsammelnzeit. Oder bis zum Finden. Ne, das schaffen wir nicht mehr. Äh, das schaffen wir nicht mehr. Scheiße. Schade. Schade. Wirklich schade. Achso, der Vulkan hat sich früher erledigt. Also auf Unterstützung darf man hier offenbar nicht hoffen. Ah, was? Du musst auch mal... Wir hatten gerade einen Vulkanausbruch, Junge. Die hätten auch noch 5 Minuten warten können. Mein Gott. Die haben sich am Fass festgehalten. Was soll da passieren? Die Bevölkerung eines Konkurrenten ist zur nächsten Zivilisationsstufe aufgestiegen. Oh. Ja, wahrscheinlich Bürger. Okay. Mal gucken. Vielleicht ist ja hier Tabak jetzt. 7 Tonnen. Aha. Immerhin. Schwatt. Steine. Steine. Kann das denn sein? Ich stelle noch keine Ziege auf der Insel hier her. Oder nur, weil wir die angeliefert haben. Sehr mysteriös. So. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir das mal so machen hier. Moment. So. Genau. Und da kommen hier in der Mitte... In die Mitte... In der Mitte, ey. In die Mitte kommen dann hier die Verarbeitungsbetriebe quasi. Und hier kommen dann die Plantagen nochmal. Kommt nochmal so eine Reihe Plantagen hin. Das passt doch. Was liegt hier? Moment. Ein Piratenschiff? Oh. Äh. Warte mal. Vor allem fahren wir nicht so dicht an der Insel hier vorbei. Ach nee. Das ist der Händler. Warte mal erstmal. Was ist hier los? Wieso nicht dem Piratenschiff? Was soll das? Ja. Das nehme ich doch mal hin. Ja. Das glaube ich. Achso. Das war der Wanderbrediger. Okay. Alles klar. Was ist das für ein Ausgabezeichen? Sind die voll? Voll mein Werkzeug. Wird schon wieder nicht abgeholt hier. Was ist denn das? Gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass wir mehr Marktkarren haben? Bei der Ausbauung können wir das ja auch nicht. Ein bisschen zurück. So. Ich glaube mit den Steuern und so, das passt alles noch hier mit der Bilanz. Ja, sieht gut aus. Wir können auch mal ein bisschen Geld jetzt ansparen. Oh. Mit dem Alkohol. Das klappt doch nicht. Die saufen so viel. Da müssen wir auf jeden Fall noch irgendwo andersher den Alkohol bekommen. Beschaffen. Sonst. Moment. Ich lieg doch sowieso hier beim Händler. Verkauft der günstige Alkohol. Was das Herz begehrt. Ja. Handelbar. Okay. Wir könnten ja theoretisch auch mal was verkaufen. Was haben wir denn Enmas Nahrung zum Beispiel? Das ist eh fast voll das Lager glaube ich mit Marktnahrung. 100. Ja, ist voll. Theoretisch könnten wir da was verticken. Stoffe jetzt nicht unbedingt. Steine. Eisen oder so könnte man auch verticken. Obwohl wir das vielleicht lieber aufbewahren. Das sind immer so Güter, die man auf jeden Fall noch braucht. Das ist die Frage. Spieler kauft Alkohol. Achso. Achso, der kauft Alkohol. Das ist natürlich kacke. Hm. Ne, okay. Dann tut mir das leid. Warte mal. Wer verkauft denn hier vielleicht günstig Alkohol? Verkauft der Alkohol? Verkauft der Alkohol? Ah, in der Okay. Wahrscheinlich nicht. Was haben wir denn noch hier so? Wo sind die anderen? War hier noch weh? Ne, ne. Die sind noch immer auf diesem... Da, diese grauen. Klar. Haben die Alkohol? Was ist das hier? Pferde nicht handelbar. Holz handelbar. Hm. Was haben wir hier? Das sind die Indianer. Genau. Vielleicht haben die ja was. Hm. Der Stamm der Irokesen grüßt dich. Die... Stimmt, die haben immer Tabak. Genau, so war das nämlich auch. Stoffe oder Wolle haben die hier in dem Fall. Pferde? Aha. Aber nicht handelbar. Schade. Okay, das ist aber die kaufen Tabak... Ne, die verkaufen die jetzt Tabak. Das grüne heißt... Verkaufen doch, ne? Also eigentlich müssen die Tabak verkaufen. Tretet näher. Ne, die kaufen. Okay. Die kaufen Tabak. Aha, 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 aha. Ja gut, die rauchen wahrscheinlich das alles weg. Was haben wir hier? Das waren die Chinesen hier. Willkommen auf dem Handelsposten des Kaiserreichs. War keiner Alkohol. Vielleicht hat einer von meinen... ...Mitstreitern hier, Alkohol zu verkaufen. Ähm... Sehr erfreut. Auch nur, der will auch nur Alkohol haben. Die wollen alle nur Alkohol haben. Lasst euch umarmen. Sie will auch Alkohol haben. Sie verkauft aber Tabak, immerhin. Ähm... Zack. Achso. Haben wir noch keinen. Handeln wir noch nicht mit der? Okay. Scheint so, ne? Hallo. Ach doch. Ach, da hat sie wahrscheinlich nichts verkauft. Alkohol nicht Handel bauen. Wenn, dann verkauft sie das. Äh, kauft sie das auch nur? Okay, das ist natürlich schlecht für uns. Es kann sofort losgehen. Ist jetzt hier immer noch ein Piratenschiff irgendwo? Okay. Sieht, glaube ich, nicht so aus. Die Luft ist wohl rein. Okay. Ist das ein Handelsschiff hier? Das wird wohl ein Handelsschiff sein. Okay. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht den Piraten begegnen. Weil ich weiß nicht, wie gut das Schiff ausgestattet ist, was wir da haben. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt wieder mehr Alkohol. Weil der geht so langsam dann auch zur Neige, würde ich mal sagen. Wie viel haben wir noch? Neun Tonnen. Ja, der geht auf jeden Fall zur Neige. Äh, jetzt noch ein paar Hopfenplantagen irgendwie. Ich weiß ja nicht, wie die hier klarkommen. 100 Prozent, 50 Prozent, die ist nicht ganz ausgelastet. Schade. Okay, dann müssen wir vielleicht noch ein paar Hopfenplantagen bauen. Eins, zwei. Oh, ich kann nicht mehr bauen. So, solange ich noch eine Bohrerei bauen kann, ist das alles gut. Zack, das muss leider weg. Komm schon. Ah, kack. So. Wollte ich gerade sagen, ey. Alter, das wäre knapp. Wäre das nicht mehr drin gewesen? Das wäre aber sehr schade gewesen. Nicht so schön. Ich hoffe ja, dass wir das mit dem Alkohol jetzt mal hinkriegen. Sonst müssen wir das doch irgendwie... Oh, wir haben aber jede Menge Geld auf jeden Fall. Eben hatten wir nämlich noch 7000, als ich drauf geguckt habe. Das ging dann doch relativ schnell. So, das Schiff ist heil angekommen. Das war schon mal gut. Jetzt können wir den Tabak mitnehmen. Sonst noch was? Ich glaube, den Rest, den lassen wir wirklich hier erstmal. Oder lassen wir überhaupt einfach mal hier. Oder da. Jetzt habe ich das Schiff nicht mehr... ...ja. ...wieder weggeklickt. Wird ausgefüllt. Euer Imperium wächst. Ihr habt mich längst ausgestochen. Oh. Räumt ein, weniger erfolgreich zu sein als sie. Danke. Das ist immer nett. Wer ist er denn nochmal? Welche Farbe hat er? Ich drücke immer. Natürlich immer als erstes die falsche Taste. Chris von Co. Wieso habe ich eigentlich Unterstriche und die haben alle Keime? Das ist doch gemein. Die habe ich nicht mehr geschrieben. Die sind einfach so passiert. Victor Leroy ist also grün. Oh. Der hat sogar eine große Insel. Dank eines Mitspielers hat ein fremdes Volk seinen Handelsposten ausgebaut. Aber der hat ein Logenhaus. Okay, aber der hat... Ne, 991 Einwohner. Haben wir mehr? Ach nee, das sind unsere Einwohner. Okay. Aber hier werden nicht die Einwohner angezeigt, die hier... Wie geht es euch? Hm. Mich hätte jetzt im Moment interessiert, wie viele Einwohner hier denn sind. Aber anscheinend sieht man das ja nicht. Hm. Okay. Oder sieht man das im Moment? Haben wir irgendwo eine... Gesamtbilanz? Wahrscheinlich unter F9. Das kann ich jetzt natürlich nicht drücken. Hm. Okay. Okay. Ich drücke ja schon hier bis F8 hoch. Ich wusste, dass ihr sogar noch mehr Ansehen erlangen könnt als ich. Gut, dass die Tasten so extra sind. Dass F9 da ganz... weit weg von ist von der F8-Taste. Einfach mal die Aufnahme beenden. Der wäre jetzt nicht so klug. Aber so schlecht ist der doch auch nicht. Also... Ich meine, der hat ein Logenhaus. Oh. Das hat er gerade weggegessen. Na gut. Das ist die Mine erschöpft. Der Wanderprediger hat sich verabschiedet. Oh. Ah ja. Aber immerhin hat er für eine kurze Zeit meine Bewohner... Da... Na ja. Was soll man sagen? Begeistert? Hm. Entertained? Wie auch immer. Unterhalten, so. Vieles wurde ich nicht ein. Unterhalten, so. Ganz einfach. Willkommen. Ach, er ist aber auch wieder so einer, der nur Alkohol... Ähm... Kaufen will. Aber Steinen und Stoffe. Genau das, was wir nicht brauchen. Ich wollte gerade sagen, aber das ist... Wird hier gekämpft, oder ist das einfach nur... Wahrscheinlich nur eine Übung, oder so? Aber so ein Logenhaus, das haben wir gar nicht. Das sollten wir vielleicht auch mal machen. WÖRG